Deutsche Memes, You Looked Axel, wird sicherlich auch wieder was Neues rausgebracht haben. Deutsche Memes, die Fresher Dernier sind, meine Freunde. So viel Deutsch rappt der Fresher Dernier. Deutsche Memes, You Looked Axel, let's go. Notification Gang, we lit! Ich hab vorhin ein bisschen Sport zu machen, wollte halt was abnehmen. Das ist aber toll. Ich beim ersten Mal bei Fetix, Deutsche beim ersten Mal bei Fetix. Kann man das irgendwie verlängern? Wozu verlängern, bitte? Ja, so vom Sofa bis zum Kühlschrank wäre das ganz praktisch. Das war bei der Hunde nicht ihr Ernst jetzt, ja? War gut geschauspielert, war gut, ja. Oh, wie süß. Darf ich einmal streicheln? Ja. Bro, was ist das für eine Kamera? Oh, wie süß. Aber nicht mich. Warum eigentlich nicht? Warum? Digga, warum? Wie alt, wie alt... Ach du Scheiße, Digga. Wie alt bist du? Wie alt? Äh, Sinan. Was? Wie bitte? Sinan. Name. Ich. Sinan. Ah, okay. Sinan. Ach, du heißt Sinan. Du heißt Sinan. Ja. Perfekt, okay, ja. Und hier wir gehen. Jungs und Kleine. Die einzige, um zu beeliminiert, ist, dass du deinen eigenen Top-Rof-Bolk. Die Feet muss... Digga, Jungs und Kleine, früher immer wirklich komplett wild gewesen. Einfach, lasst uns alle boxen mit dem Handtuch. Nee, was ist denn das? Äh, ja, das ist... Ähm, ähm, eine... Äh, unterirdische Behausung. Ach, Jungs, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Scheiße, Mann. Ach, kommt schon. Ach, kommt schon, Digga. Das haben wir doch schon so oft gesehen, Digga. Das ist doch nicht witzig. Ja, ehrlich zu sagen, ist das genau auch so meine Meinung. Was war das denn, Digga? Hä? Da wird man von einem Mann massiert. Das gehört einfach dazu, so. Weißt du? Das ist einfach so die Tradition, was viele nicht kennen. Das ist... Okay. Nämlich Homo-Shit. Wenn du ein Buch kennst, dann weißt du, wie es endet, okay? Danke, Big Here. Danke, Big Here, Bro. Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Das hat mich nachhaltig geprägt. Ich hoffe, meine Augenbrauen sehen niemals so aus wie deine. Freunde, ich war ein bisschen weg. Ich habe ein bisschen hier alles cleaner gemacht. Habe mich um ein paar andere Dinge gekümmert. CBD geraucht. Natürlich. Et cetera. Klar. Et cetera. Deswegen freue ich mich natürlich auch hier wieder zu sitzen. Und euch ein bisschen zu unterhalten. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Hallo. Hallo. Hey. Hallo. 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 Digga, stressigste Schaffner der Welt. Hallo. Gehen Sie denn vor? Was? Wo ist das denn passiert, Digga? Ich hoffe, dass Justin in seiner neuen Peso-Kollektion Philipp Amthor als Model laufen hat. Hä? Aber sowas Lausiges habe ich noch nie gesehen. Ich würde mir ja sagen, es ist schon eine Kunst, so eine Scheiße anzubieten. Einfach ich. Einfach ich. Einfach ich. Gehen Sie denn vor? Ja. 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 Ich suche einen Job. Kann man bei Polizei schwarz arbeiten? Nein. Gar nicht? Kann man nicht. Schwarz nicht. Da müssen Sie sich bewerben. Ja? Bei Polizei Präsident Berlin? Genau. Erkennt mich eigentlich. Ich habe voll viele Briefe von Ihnen bekommen. Vielleicht kann man ja was regeln, Bro. Zwei Stunden später. Nach dem Besuch im Puff. Und 90 Euro ärmer. Mhm. Das war es an der Stelle mit dem Review oder was? Perfekt, Digga. Perfekt. Ja, rufen wir mal Julien Bam an. Deutsche Memes, die Jumbo Schreiner gesehen hat. Kann man ja auch noch gucken. Bis Jude da ist. You looked Axel. Let's go. Digga. Sensationell. Ich weiß echt nicht, was ich zu den drei sagen soll. Egal in welchem Hotdog du beißt, du entdeckst immer was Neues. Ja, klar. Es sind drei unterschiedliche. Ja. Sabos wissen, wer der Babo ist. Hafdi Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Und Iarabi Mani Rich wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare, Kids, bevor ich komm und dir deine Nase bricht. Nein, 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 nein. Du fegst heute den Klassenraum. Du bist mit Putz-Service dran, Digga. Ich hab's gehasst. Genauso wie Tafel-Wisch-Service. Oh, nun gibt's keinen Hausmeister oder was dafür. Nein, 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 nein. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ah, ihr seid's. Jetzt habt ihr mich auf frischer Tat ertappt. Oha. Oha. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab das über Kopf gesehen. Aber ich dachte, da steht, oha, wie geht das denn? Das ist ja krass. Wie? Krass, cool, geil. Ja. Wir. Und ab dafür. Digga, was ist, Kapi? Eins geht. Na und? Ich hoffe, ich krieg aber nur 10% davon. Hab ich dann viel Kapital? Bestimmt genug, um in was Schlaues zu investieren. So wie junge Rapper zum Beispiel oder... In was denn? In Shisha-Tabak? Man kann in viele gute Sachen investieren. In Bilder. In was denn? In Shisha-Tabak? Ja gut, ähm... Ja, also... Pizza. Runter. Und... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zölf. Diese Übung zweimal täglich. Aha. Gegen chronische Rücken. Danke dir dafür, Bro. Danke, KLS. Danke. Schmerzen. You are Dreck. And you go me on my Eier. Mhm. Ich liebe, wenn vor dieser Lehrer steht und es die ganze Stunde lauten, der geht einfach nicht. Oh, nen... Oh, Digga. Wann hat sich denn dieses Meme etabliert, dass Mero der schlechteste Rapper momentan ist, Digga? Also Ich hab mir Ich find ja Raphaelos so lecker Aber ich hab die Das ist jetzt kein Witz Ich hab Weil ich fand die extrem lecker Aber da ist halt außen so viel Kokos Sag mir jetzt Bitte nichts komisches Bitte Der hat die geschält Der hat die geschält wahrscheinlich Oder sag jetzt nicht Ganz komisch Ich hab sie abgewaschen Boah Digga Ich hab mir 12 Raphaelos ausgepackt Und unter Wasserhahn gehalten Und abgewaschen Digga Das ist so dumm Das ist so dumm Und hirnlos Digga Was für eine scheiß Pizza Alter Mh Lecker Jetzt spielen wir hier Sozusagen Operation Jawohl Das ist der Bauch Von der Franziska Sozusagen Und wir sehen Das wäre jetzt vielleicht Der Blinddarm Von der Franziska Nein Digga Nein Kann man sich greifen Mit der So und jetzt esse ich's auf Guten Appetit Und dieses Mal sind meine Jungs Mit an Bord Es ist grau hier Ich hab meinen Buntstift verloren Bushido Hat seinen Buntstift verloren Das tut mir echt Unglaublich Leid für ihn Das tut mir Unglaublich leid für Bushido Dass er seinen Buntstift verloren hat Digga Hier sehen wir noch mal Warum Roto so gut ist Schauen Sie sich das mal an Es sind hier alles Volle Wasserflaschen Die geht kaputt Die geht kaputt Und die hebe ich jetzt hoch Und jetzt schauen Sie sich mal Soll ich Soll ich Ja Soll ich Da biegt sich nix durch So da ist Wasser drin Achtung Oh Ey ich hab mir ein richtig Digga Ich hab ein krankes Tablet gekauft Damit zeige ich euch jetzt Einen ultra krassen Trick Jetzt werde ich es einfach kaputt Mache Ich werde kaputt Digga Sind denn eigentlich Alle Leute Um mich hier rum Wahnsinnig geworden Digga Was ist denn mit Also Trimax Standardskill Alle Komplett wahnsinnig Wirklich Sehr sehr gutes Video Kannst du mich vertrauen Digga Also ehrlich Das ist Das ist Scheiße